Heute Abend im Sonntagspiel. Hier kommt sich der SV Berlin-Satthausen gegen die ersten FC Bayern. 0-0. Ich war die ersten FC Hallenheim in der SV Berlin-Stadt. 98. Dieses Jahr wird 0-1. Morgen ist der SV Berlin-Satthausen gegen die ersten FC Bayern. Und von mir eine schöne Gäste dabei. Und Tiefen. Genau. Ja. Applaus